Was ist denn hier? Hä? WTF jetzt? Weg hier! Ja, so ganz flüssig läuft deine Welt auch wirklich nicht. Achtung, Achtung, Achtung! Äh, keine Sorge, ich war gerade noch im Backstab gewesen. Oh Junge. Vorsicht! Ja, der Spell ist ja langsam. Ich bin ja vorher noch versaut. Ich heil mich! Achso, wenn du es kriegst. Spell, Vorsicht! Nein, du machst keinen weiteren Spell. Ja, ich habe Abfall gefunden! Nee, ist doch schade. Ja, ich habe Abfall gefunden! Ja! Und anders habe ich schon die ganze Zeit gesucht! Ja, richtig am Bilboi. So, Glut habe ich nochmal gefunden. Da wird die ganze Sache wieder glutenfrei. Ähm. Habe ich gerade noch in den Bäder gehört? Oder habe ich mich verhört? Du glaubst, bevor ich eine Nachricht sehe. Weil du das hörst, wie die spawnen. Aber ich glaube, ich habe mich diesmal verhört. Vorher gab es doch die, 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 die Ankündigung. Da hast du dann Fogwalls gehabt. Ja, die Ankündigung war damals früher. Aber jetzt hörst du die vorher spawnen. Ist ja ekelhaft. Können sie ja schon, äh. Kannst dich niemals darauf vorbereiten. Ja. Die Tür kannst du auch in der anderen Seite auch öffnen. Ähm. Wäm. Ist ja langweilig. Ja warte, ich wollte aber den Außenweg trotzdem gehen. Weil sonst komm ich ja glaub ich nicht ans Banner, oder? Äh, doch. Hier runter musst du springen. Oh, was war doch da? Ist das gerade? Was da interessant war, oder nicht? Hast du mich in der Dunkelheit ungern eigentlich gegen... Ach ne, warte mal. Wir haben ja gar keinen gehört. Oder zumindest keine Nachrichten bekommen. Nein, nein, wir haben noch keiner. Ich habe mich verhört, hab ich schon gesagt. Ich dachte, ich hätte was gehört. Ach, hier gibt's Loot. Du wolltest mir einen Arbeiterhut verheimlichen. Ja gut. Ach, du bist ja im Scheißspiel. Ja. Ja. Okay, unten sind die ganzen Köder. Wir müssen aufpassen. Vielleicht sollten wir doch über die Tür gehen, oder? Ist mir das safe. Da fallen wir nicht so weit runter. Irregal. Ach, wir liegen so mit kleinen Titan-Needscherbe. Blup. Ey. Yo, ich spring einfach so direkt runter. Ich war ja noch nicht mal fertig. Oh, ich komme jetzt nicht mehr raus. Werf keine Kacke auf mich. Ich kann dir gar nicht helfen, ich bin unten eingesperrt. Ja, kein Ding. So schwer ist das wie auch nicht. Wo ich nicht verstehe, es gibt 14, 14, 14 Schaden und auf einmal irgendwie ab der Hälfte Ja, halt mehr, ne? Weiß Bescheid. Weißt du Bescheid, ne? Weißt du? Kennst du? Lässt sie nicht von dieser Seite aus öffnen, Bitches, dann spring ich halt hier runter. Hattest du eigentlich die Rüstung gekriegt von diesen Lothric Rittern? Ey, warte, ist gut. Runtergeschmissen in der Größe eines Lothric Rittern. Ja, hab ich. Ja, also die Rüstung von denen, ne? Äh, keine Ahnung. Rüstung eines Deserteurs hab ich nur, nein. Scheiße. Hab ich nämlich auch noch nicht die Rüstung. Wupp, hier runter springen, okay. Ich hab mich grad schon... Was, ich hab alle Sachen, aber nur nicht die Rüstung von denen. Juhu, ich bin ein Krieger des Sonnenlichts und hier haben wir Suppe. Naja, noch bist du kein Krieger des Sonnenlichts. Auch interessant, ne? So Heilpods gab's vorher auch nicht, die in der Welt einfach einsammelbar waren. Jaaa, gut. Keine Ahnung, was sie sich dabei gedacht haben. Ich find's ganz cool, das ist ein neuer... Das gab's vorher noch gar nicht für eine Neuerung, das ist was cool. Ich find's ja vorher aggro, bevor ich da anspringe. Ja, ich weiß doch nicht, dass die direkt, einfach ohne Sinn, direkt schon auf sich einbauen können. Ich hol mal eben mal kurz die Segel. Ach, das haben die eben auch schon gemacht, in meiner Welt. Warte mal, warum ich die nicht mehr direkt anspringe? So, der Seele eines unbekannten Reisenden, lalalalala, ich bin gleich wieder bei dir. So, ich bin da. Ich glaub, wir machen neue Krieger erstmal in deiner Welt, das macht's für mich etwas einfacher, weil du einfach viel mehr Glut hast. Weiß Wasser, mehr Glut haben. Das heißt, wir können die Welt erstmal bei Diakonu-Fiel an. So, wir können die Welt erstmal bei Diakonu-Fiel an. Achtung, das ist geil. Juhuhgh! Sehr schön nachts, so, ich komm mal in dem Kotzen. Äh, du bist nur hochgeklettert. Ja, ok, ich komm sofort. Ah Bo, hättest du gar nicht machen müssen, ich spring grad runter. Lass mich jetzt hier. Lass mich jetzt hier. Kleine Tannitschere. Ich komm jetzt runter, aber über die Leiter nicht schaden. Bist du auf die drauf gesprungen? Ja, den. Er overdrived. Los, backstab er sie. Sie will nicht. Ah, Mann. Mann, Alter, die ist aber auch dauerhaft in Angriff runter, ne? Juhu. Au. Heilung. Hab ich nicht, ich hab kein Mana. Schade, ich hab ein bisschen Nasswood jetzt. Juhu. Und, kurze der jetzt direkt. Ach, komm, ich springe ab hier rechts runter hin. Du hast wohl, glaub ich, eh nix. Man weiß es nicht. Diesmal sprach ich. Diesmal sprach ich nicht sprach, weißt du? Boah, das war knapp bei mir. Was war hier oben? Ah. Rostige Münze. Ach, scheiße. Ach, scheiße. Ach, scheiße. Ach, scheiße. Ach, das ist ein FEC. Ach, das ist ein FEC. Können wir grad fragen, ja. Ich denke, bei solchen Namen hätte man das eigentlich sogar bedenken können. Juhu. 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 Warte, beschäftige ich mal kurz mit dem. Beschäftigungstherapie für dich. Das ist wieder eher das Shortcut ist. Lässt sich nicht öffnen. Jupp. Aber man darf ja mal testen. Das ist ja wie bei der einen Tür grad eben. Interessant, dass er sich so auf dich fokussiert hatte, dachte ich erst. Aber nein, das ergibt jetzt Sinn. Juhu. Mann, ruhig, Junge. Ruhig. Ruhig, 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 ruhig. Nein, jetzt bin ich am Zug. Deswegen wollte der sich auch heilen, als er von uns eingekesselt wurde. Wow, 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 wow. Jetzt staggern, jetzt fühle ich meinen Ausnahmen wieder raus. Und? Hallo, heilt der? Ich danke dir. Der durfte sich sogar heilen in der Zeit? Wow. Wow. Vorsicht hinter dir hinter dir ja mit der Säge Gegner kommen einfach nicht darauf klar wenn die eingekesselt sind irgendwie gar keiner so jetzt kommt hier wieder dieses ekelhafte Gebiet so jetzt kann ich mal gucken ich meine die kommen von hinten die Pfeile ja da hinten ist auch eine die schießt ja ich hab der ist mir schon zu Beginn des Gebietes aufgefallen woher gibt es so viel Mut alter ach da wollen wir uns ein bisschen zurück ein bisschen zurück da kommt eine Gruppe da kommt eine Gruppe die laufen einfach vorbei weißt du Mann jetzt hat diesen Bogenschützer auf mich gemacht das ist echt ein Spasti man jetzt bin ich aber am dritten Leuchtfeuer das heißt wir können bei dir ich geh noch eben kurz zurück zum Feuerband schreien und hol mir mein nächstes Vakon ja das kann ich auch mal anders, gibt's hier die vielleicht die Anführerin der ja … wär ein Seen Schade jetzt hab ich keine Seelen zum spenden gerade ja da ist er ja André Ah, das ist gut, oder? Lass das Locken verstärken, ja Das soll nicht zuweisen, verstärken Ja, zuweisen kannst du ja auch nochmal jetzt eine mehr Dann hast du auch eine in meiner Welt dann, weißt du So Ah, okay, wenn dein Inventar voll ist mit den Sachen, dann kommen die hier direkt in die Kiste Mein Dings ist jetzt gesetzt worden, ne, also So, mal gucken, dass du dich Ember machst und dann geht's wieder Ja, also Gut, aber allein von dem geografischen Aufbau her würde es glaube ich Ja, aber das könnte auch ein anderes Gebiet sein Da muss ich mich kurz mal wieder Human machen Naja, Human in Anführungszeichen Ja, ich find's ganz gut, dass man jetzt von vornherein Human ist, das ist nett Nämlich Sunlight Covenant, ich glaub, ich weiß gar nicht, ob das was bringt als Host Ich glaub nicht, ne, hat nie was als Host gebraucht, dann nehm ich nur Moonlight So, warte, ich hab jetzt Sunlight mich aber gemacht, ich bin jetzt ja wieder der, der reinkommt Weil, wenn wir den Wasp besiegen, wird's mir ja wahrscheinlich schon was nutzen, so Pfff I'm waiting for your call Ja, wenn ich dann noch Simpo sehen will, werde ich dich auch rufen Ach komm schon Das war noch so scheiß Russland, oder? Was hab ich erwartet Ist das einfach eine Falle? Nein Das soll keine Falle sein, du sollst mich rufen Das steht vor dem Leuchtfeuer Ja Einzige mal, wo's eine Falle war, war bei Dockstall 2 Als Scholar 3 oder Skar Ja gut, Falle ist es aber auch nicht möglich gewesen Wie schon ehrlich, ich seh da in Rosenburg auch nicht Kannst du mir das auch nochmal neu platzieren? Ich wär's noch nicht wie, ich seh das einfach mal Ich wär's noch nicht richtig, ich freu mich Ich versiere mich, ich Bezeukel Beispiel für mich, ich beziem mich Ich hab mich raus, ich bin aber auch nicht Ich bin immer wieder da drin, ich würde mich Bei dir krachen, ich würde mich Bist du auch am dritten Bonfire, ne? Natürlich, ja. Ach, komm schon. Ah. Oh, komm schon. Ich bin wohl nochmal gesetzt. Ja, ja. Die ist auch nicht einfach. Nein, das ist es echt nicht. Ich weiß nicht, warum ich dich jetzt auf einmal nicht mehr sehe. Warum? Ich habe gesagt, ich weiß nicht, warum ich dich auf einmal nicht mehr sehe. Da, jetzt habe ich dich gehört. Okay. So, so kann es gehen. Hey, hey, guck mal was für eine Waffe ab. Guck mal was ich für eine Waffe ab. Langweilig. Wo warst du die her? Von dem Gegner. Von dem Segentypen. Der hat mir gerade gedrobt. Wir sterben. Oh. Warte. Nein, Dark Souls. Dammit. Ach, nö. Ein Anzeige-Triber. Hab gestürzt? Ja. Wow. Und dann bin ich gerade in deiner Welt. Na gut, dann sehen wir uns gleich wieder. Ich muss dann die Aufnahme kurz abbrechen. Oh, ja. Ich muss dann das mal drauf 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 Untertitelung des ZDF, 2020